Jetzt endlich ins Unterbett. Mach die Augen zu uns rauf. Ja, dann lasst uns diese Party starten. Das ist eine Übernachtungsparty. Im asiatischen Weihnachtsmann im Einkaufszentrum. Was willst du von mir? Was willst du zu Weihnachten? Ähm, ich dachte mir vielleicht eines von diesen altmodischen... Zu spät, brauchst du lang, nix Weihnachten. Was willst du? Voll will Auto. Welche Farbe? Blut. Den Exit. Blut. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.